Die Firma Roth hat für unseren Kunden eine neue App entwickelt. Dort sind vier Punkte enthalten. Einmal der Kontakt, einmal die Produktinfo, der Systemfinder und die Projekte. Mit dem Systemfinder zum Beispiel hat er die Möglichkeit, direkt vor Ort ein Bauvorhaben einzugeben, zum Beispiel ein Altbau, eine Höhe einzugeben, das Verlegesystem zu wählen, ein Nass- oder Trockenverlegesystem, er kann dann auch noch die Einbauhöhe eingeben, sodass dann dort entsprechende Ergebnisse zu seinem Vorschlag entstehen, die er sich dann ganz genau angucken kann. Falls er dann immer noch Probleme hat, gibt es da einen Anruf, den er tätigen kann, der direkt zu seinem zuständigen Mitarbeiter, Querstrich Außendienstmitarbeiter, durchgeführt wird.